Hallo Leute, wie schaut's aus? Willkommen mal zu einem längeren Video. Mein Chat hat sich gewünscht, dass wir im Stream mal wieder Row 96 spielen. Da es sich hierbei um ein Story-Game handelt und einzelne Entscheidungen auch Auswirkungen auf den gesamten Spielverlauf haben, ist es schwer, ein Best-of-Video hier rauszubasteln. Ich habe trotzdem versucht, die Highlights aus dem Video zusammenzufügen und so, dass man trotzdem weiterhin den Ablauf der Story verfolgen kann. Ich hoffe, es gefällt euch dennoch, viel Spaß beim Zuschauen und bis demnächst. Euer Nagex, der meine Mittermaske, NRX. Wirklich, ich soll schlafen. Einer unserer bäriger LKW-Fahrer ist gerade paar Mal eingeschlafen, während er fährt. Und ich bin so entspannt und denke mir auch noch so, oh cool, clever. Ich werde jetzt auch mal schlafen. Willkommen zurück. Oha. Oh nein. Bei einem Trucker-Fahrer hinten drin sein, will ich das überhaupt sehen? Oh nein. Oh mein Gott, da wird so viel ekliges Zeug locker sein. Äh. Nach Geld fragen? Oh, lustig. Gurke greifen. Wow, ich habe eine Gurke. Die Bohnen? Da sind noch die Bohnen, oder? Big Brainer. Ne, wir uns fehlt noch was. Ah. Das ist wirklich so, ne? Ja, genau, Linus. Hey, mein Drink ist almost ready. Bye, Tomo-Ti. Uh. Komm, komm. Sippe dich online. Und put hair on your face. Alter. Guter Stoff, Bruder. Das brennt, Mann. Das bedeutet, es funktioniert. Keep the recipe. It'll come in handy. Oh, ich habe eine Fähigkeit erlernt. Uh. Time to put the pedal to the metal. Welcome to ride with me further if you want. Seine Ex ist es Tobi. Okay. Tracker Lifestyle. Okay, dann. Here we go. Yeehaw. Oh nein, sind wir schon wieder in der Grenze? Ich weiß nicht, ich habe nicht aufgepasst. Ja, ne? Road 96. Ach, hier. Ja klar, wir müssen hier lang. Es ist einfach so in Nordkorea da hinten. Nein, wir sind in Nordkorea. Wir wollen aus Nordkorea raus. Wir klettern. Wir klettern. Wir klettern mal. Oha. 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 Warte mal, wir sind ja ganz oben. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Was soll ich denn als 15-jähriger Junge da oben? Ich kann mich mal falsch schirm. Ja, ist es. Oha. Oh, Leute, das war dumm. Oha. Das war richtig dumm, was wir hier machen. wieso regnet es denn jetzt ich bin auch ein kleiner abenteurer adrenalin junkie aber alleine so einen berg beklemmen uns aber dabei aus oder nicht ich glaube die haben von anfang an die vier energiebalken abgerechnet ein schöner sonnenuntergang hier was 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 mache ich da bin ich lebensmüde bist du dir sicher wie sitzen auf in welch einer das ist doch überhaupt nicht clever sich hier einfach auf so von irgendeinem typen dahin gebasteltes bett oder hängebett hinzusetzen ok wir schlafen mal oh mein er ist das letzte mal schon gebracht netflix du bist so frei ja richtig frei ey da laufen wir leute aber respekt mit meinen 16 jahren da oder wie alt unser kagak da ist direkt mal so ein berg erklommen und jetzt chillen wir da es ist hier schon mal einer gestorben im leben würde ich so nicht springen oh mein gott ey zum glück haben wir hier diesen power drink gehabt wir wären safe tot gewesen wenn wir nicht bei john den stück genommen hätten wären wir sowas von rip freedom yolo nothing is more yolo aber das yolo kam perfekt still looking for it wir sind auf der anderen seite aber ich muss sagen das war ein bisschen entsp- äh äh unspektakulärer ist das andere ne oh mein gott 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 Tobi ja man da ist sie euer herzblatt warte mal kann ich die hier erst anmucken okay die polizei hat es einfach gar nicht gecheckt wo lag eine kassette wo lag eine kassette ach hierfür ist der schüsse wette zerreißen das war clever ein funk verkehr die suche mich die suche mich wenn sie mich verstecken oh gott oh gott oh gott oh gott ich habe angst leute ich habe angst leute äh da konnte man gar nicht gewinnen ich glaube das musste doch einfach mal ein drive bei oh nein ich war nervös ich habe den alarm ausgelöst und die wollten mich plötzlich sagen was hätte ich machen sollen ja habe ich danke so ist dasselbe für mich gerne nüchte wirst du keine bitch erst bist du schön mit tobi am flirten und mit gar man oder erst mit gar man damit tobi ey leute was hätte ich denn da machen sollen wisst ihr wie viel druck gerade auf mir gelastet hat richtige entscheidung zu treffen ey warte mal die haben die cops gekillt fickt mir mal gerade auf ne mal gucken ob wir mal stan und mitsch mal wieder sehen die beiden ganoven vergleich glaube ich von den kojoten irgendwie vergewaltigt wird aber nichts gutes passieren ja was ich schon mal in der wildnis mit dem kojoten kann man da runterspringen es sind da sind sie wieder natürlich und nein wir sind weiblicher charakter wer und wo genau er sagt ihr wollt 28 dollar fügt dich so ich habe nur gleichgeschlechtliche durchsuchen bitte er hat 28 dollar geklaut mitsch it'd be nice to rob someone actually rich once mitsch this kid is starting to hurt my no this is too weak wow we got work to do on our investigation sweet sonya's life hangs in the balance and stuff oh nein die töten uns oder bitte nicht und das sucht ihr nein schimmer deine basis ich will doch nur helfen ich glaube ich kann euch helfen oh ich kann euch helfen leute was ihr zu verlieren habt 28 dollar ihr schweine mhm ich hab keine wahl oder aber dazu haben wir keine information bisher leider ne we got some of his letters and things right here when he's gonna attack is somewhere in them we just know it is puh leute wir wissen hallo darf ich mich bewegen so so we know we know aber sicher juli 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 sechster sechster ist es doch damit bleibt nur ein tag für meine rache der tag vor zehn jahren als du sagst ist dass sich alles verändern wird es hat sich verändert aber nicht so wie du meintest also es wird nicht an ihrem geburtstag sein wir lesen mal ein bisschen weiter aber guck mal hier hat er gesagt 1994 wir wissen nicht an welchem tag das ist nicht an ihrem geburtstag sein wird heute wird immer der tag sein an dem mein kleines mädchen geboren wurde nichts weiter damit bleibt nur ein tag für meine rache der tag vor zehn jahren als du sagtest dass sich alles ändern würde scheiße fuck alter aber wann hat sie das gesagt vor zehn jahren 94 wir müssen 84 schauen der zwölfte 93 wir werden in vier tagen etwas tun ist aber der neunte weisen nicht eigentlich ist es der neunte neunte da will ich dich alles ändern ja vielleicht hat das neben den neunten neun oder so vor zehn jahren war der am fünften september hat sie gesagt es wird sich alles verändern aber das wird in vier tagen also ich glaube der neunte neunte ich bin mir ziemlich sicher es ist der neunte neunte oh mein gott der neunte neunte sicher wir haben herausgefunden wann er angreifen wird we know what the guy looks like ja unsere community am stizzle leute galileos nachfahren yeah 28 dollar irgendwie nicht am elften neunten das ist ein bisschen makaber aber hey zusammen wir sind die großen lösen köpfe und was für einem land wir hier auch gerade spielen wir sind wir sind wir sind Vielen Dank.